Spieltag 43 in der deutschen Eishockey-Liga. In der Lexus Arena empfangen die Kölner Haie die Schwenninger Wildwings zum vierten Saisonduell. Und knapp was immer, wenn beide Mannschaften aufeinandertrafen, alle drei bisherigen Matches endeten mit einem Torunterschied. Peter Dreiseitel und seine Jungs, die wollten nach dem guten Auftritt in Augsburg den zweiten Erfolg wahren. Vom Beginn an die bessere Mannschaft kamen unglaublich gut in den Tritt. Dann dieses Himmel, Seressen, Horstbild, dann ist die Scheibe drin. 150 Sekunden nur gespielt. Von der blauen Linie der Schuss aber gar nicht in Richtung Tor, sondern bewusst zu Kai Horstbild. Der fälscht die Scheibe ab, dass den Strahlmeier zum ersten Mal an diesem Hockeyabend geschlagen. Und die Kölner Haie legen nach, arbeiten gut vor dem Kast und Hamid Bolduc diese Gelegenheit. Diesmal aber Strahlmeier sicher. Und das gleich im Doppelpack, dank seines guten Positionsspiels. Ans Ende des ersten Drittels geht's. Köln wieder mit Druck. Und die Scheibe drin. Ryan Jones. Und wir werden gleich nochmal in der Zeitlupe sehen, wie gut dieses Zuspiel war. Von Felix Schütz auf Ryan Jones. Schneller Konter. Und der lässt Dustin Strahlmeier keine Chance. Toller Angriff der Haie genutzt nach einem ganz starken ersten Drittel. Pet Cortina wusste, seine Mannschaft, die wird sich steigern müssen. Und sie tat das auch im Mittelabschnitt. Lief mehr Schlittschuh. War aggressiver. Tat alles, um besser ins Spiel zu kommen. Er zwang den Scheibenverlust der Haie. Und dann ist Sciati da. 28. Minute. Anschlusstreffer. 1 zu 2. Aussicht der Wild Wings. Höflin bringt die Scheibe vors Tor. Dann kommt der Schlittschuh von Gigliatti an die Scheibe. Keine Kickbewegung. Deshalb regulärer Treffer. Und das 1 zu 2. Schwenningen aber bleibt dran. Und hätte durch Pokula fast sogar den Ausgleich gemacht. Aber Jean-Lalande, der wirft sich genau in der richtigen Sekunde aufs Eis. Stoppt die Scheibe. Dann nochmal Gigliatti mit dem Nachschuss. Der aber ungenutzt verstreicht. Aber auch die Kölner, die hatten kurz vor Schluss nochmal eine Gelegenheit. In der Rückwärtsbewegung Dustin Strahlmeier. Richtig gute Aktion von Gogula, der aber auch den Querpass hätte spielen können. Noch einmal Schwenningen. Sie versuchen es. Sie wollen den Ausgleich. Schuss aus der 2. Reihe. Aber Wessler mit aller Erfahrung stoppt die Scheibe. Der Schlussabschnitt. Kölns Fans bislang zufrieden mit dem Auftritt ihrer Mannschaft. Und die versuchten nachzulegen. Krämer, schneller Konter über die halbrechte Seite. Oh, und dann diese Riesenchance. Strahlmeier geschlagen. Aber der Pfosten, der rettet für die Schwenninger Waldwings. Das Team aus dem Schwarzwald bleibt im Spiel. Noch einmal Krämers Riesengelegenheit. Vielleicht zur Entscheidung zum 3 zu 1. Aber Köln immer noch am Drücker. Bringt einmal mehr die Scheibe vor das Tor. Dann Horstbild. Und schauen Sie genau hin. Bender mit dem Abwehrversuch. Und das schafft er mit dem Schläger. Was für ein Save. Das Tor, das war leer. Die Schlussminuten. Und da macht Schwenningen ordentlich Druck. Mit Antoni Reck. Der spielt, schützt die Scheibe durch die Beine. Und bringt den Puck dann vor das Tor. Das war schon richtig schön anzuschauen. Allerdings im Abschluss. Da hatten Ecken und seine Teamkollegen nicht mehr das Glück auf ihrer Seite. Am Ende rettet Köln den knappen Vorsprung über die Zeit. Wir haben relativ früh ein Gegentor bekommen. Und dann im 1. Drittel sehr spät. Es ist 2-0. Und Köln ist von einer starken Mannschaft. Da wieder zurückzukommen ist schwer. Wir haben ein Tor geschossen. Und dann zum Schluss hat es noch nicht gereicht. Ich denke, wir haben am Anfang ein bisschen geschlafen. Aber dann zurückzufinden zu uns am Spiel. Und haben alles gefeiert bis zum Schluss. Ich glaube, wir haben uns heute aber, oder die letzten Spiele, seit wir den Peter haben, auch das Glück ein bisschen erarbeitet. Dass wir auch mal Spiele knapp gewinnen können. Natürlich ging es auch schon nach hinten los. Aber das macht den Sport so attraktiv, glaube ich, dass die Spiele spannend sind. Auf alle Fälle müssen wir weiter hart arbeiten. Und wie ihr sagt, vielleicht müssen wir das ein oder andere Mal auch den Deckel draufsetzen. Ein starkes 1. Drittel rettet Köln drei wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. Und die Schwenninger, die verkaufen sich teuer zum 3. Sieg in dieser Saison gegen die Haie. Aber reicht es am Ende nicht.